So, Stretching, Stretching, Stretching. Juhu! Okay. Wir fangen heute bitte an im Sitzen. Im Sitzen. Ganz gemütlicher Schneidersitz. Wir kreisen ein bisschen mit dem Oberkörper. Wir versuchen das Hüftgelenk aufzulockern, Kniegelenke auflockern, alles schön auflockern. Vier, drei, zwei, eins. Richtungswechsel. Vier, drei, zwei, eins. Arme kommen schön hoch und wir kommen vorne runter. Komm runter nach vorne, so tief du kannst. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, acht. Eins, sehr schön. Beinchen kurz öffnen. Und wieder zur Mitte runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, drei, zwei, eins. Super. Wieder zurück in den Schneidersitz. Und wir drehen uns in die eine Seite auf. Greif dein Knie mit der zweiten Hand entweder am Boden oder um den Körper herum. Und wer kann, versucht mit der hinteren Hand sogar hier bis zum Oberschäden zu kommen. Bei mir ist er, durch meinen V-Rücken ist er so breit, ich komme nicht rundherum. So. Schön aufdrehen. Genau. Nach hinten schauen, wie wir die Säule aufdrehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wechsel, andere Seite genau dasselbe. Du greifst das Knie, Hand entweder am Boden oder um den Rücken herum. Und da versuchen wir, den Oberschenkel zu greifen. Genau. Fünf, vier, drei, zwei, ah, sehr schön. Ein bisschen auslockern wieder. Locker, 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 locker. Super. So, kommen wir noch einmal bitte vorne runter. Und jetzt schauen wir mal, ob das besser geht. Ob du tiefer runterkommen kannst. Ja, ich sehe einige Berührung schon mit der Stirn im Boden. Sehr brav. Ja, super. So, fünf, vier, drei, zwei, ah, sehr schön. Beine wieder öffnen. Schauen wir mal, ob das schon besser geht. Er merkt dann oft in der zweiten Runde, es geht viel besser. Da entspannt sich langsam die Muskulatur. Jetzt wisst ihr ja, warum die Balletttänzer oder Tänzerinnen oft wirklich stundenlang nur im Spagat herum sitzen. Ja, weil umso länger du es machst, umso entspannter wird man in deiner ganzen Geschichte. Lisa, bist du schon komplett im Spagat? Wow. Du bist schon ganz im Spagat. Du siehst, ja, was. Muss ich ganz hier. Vier. Drei. Zwei. Ah, sehr schön. Super. Beinchen kurz auslockern. Ja. Wir gehen noch einmal in den Schneidersitz. Noch einmal in den Schneidersitz. Ich glaube, das habe ich am Montag schon gemacht, wenn am Montag dabei war. Die wissen es. Arme nach vorn. Ja. Und wir kommen hoch. Ja. Und wieder hinsetzen. Komm, Tino. Du kannst das auch. Komm. Hopp. Und wieder zurück. Ohne Hände. Ohne Hände. Ohne Hände. Ja, ja. So. Und jetzt probieren wir, das Bein zu wechseln. Ja. Schauen wir mal, ob die Seite auch geht. Ja. Hopp. Und wieder zurück. Hopp. Und wieder zurück. Sehr brav. Ja. Ja, man spürt auch das Fußgelenk. Du hast recht. Ja, ja. Man spürt auch das Fußgelenk. Genau. Super. Auslockern, 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 auslockern. So. Leute, wir stützt uns hinten ab und jetzt tun wir die Hüfte ein bisschen öffnen. Ja. Ein bisschen breiter die Beine, nicht zu schmal, eher breiter. Und wir gehen immer Beinrichtungen. Ja. Rechts, links. Rechts, links. Öffnen, öffnen, öffnen. Ja, genau. Und wer kann, versucht wirklich auch, vor allem mit dem inneren Knie den Boden zu berühren, aber die Hände bleiben natürlich am Boden. Wenn es gar nicht geht, dann geh weg mit der Hand vom Boden, aber wenn es geht, versuch am Boden zu bleiben. Eins, zwei, vier, drei, zwei, eins, so. Einmal noch. Super. Und jetzt beugen wir das vordere Bein und strecken das hintere Bein durch. Und wir legen uns auf das vordere gebeugte Bein drauf. Schau bitte, dass dein Popo am Boden bleibt. Wenn möglich. Solltet ihr zu wenig spüren, solltet ihr zu wenig spüren, schau mal her, ganz kurz, ja. Dieser spitze Winkel einfach ein bisschen öffnen, ja. Ein bisschen öffnen, ja. Wenn umso mehr du den Winkel öffnest und komm dann nach vorne, dann merkst du jetzt plötzlich, oh, oh, es zieht mehr. Genau. Ja? Genau. Wenn es zu wenig ist, Lisa, noch mehr öffnen. Noch mehr öffnen. Genau. Schau, dass du mit dem Bein daher kommst. Daher. Und jetzt runter. Da komm ich nicht runter. Aua, aua, aua. Super. So, Leute. Wir beugen das hintere Bein. Wir greifen das hintere Bein. So, wir ziehen die Ferse zum Popo. Und Petra, der Tino hat mir versprochen, er übt jeden Tag diese Übung. Jeden Tag macht er das jetzt. So, dass er nicht umfällt. Jeden Tag. Na, schau, das geht bei mir nicht, oder? Ist die Wartig-Geschichte zu mir rübergegangen, Tino? Na, warte. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ja. Genau. Super. Genau. Und jetzt versuchen wir die Ferse, wer kann die Ferse, ganz zum Popo. Schafft ihr das? Ganz zum Popo. Boah. Ja, genau. Denise, du bist eine Gummipumpe. Echt. So viel Gummibärnis kann ich gar nicht essen. Und auslassen. Ah, du auch, Lisa. Ja. Super. Wir wechseln die Seite. So. Jetzt ist das andere Bein gebeugt. Das hintere Bein wieder strecken ein bisschen. Und vorne drauf. Und hier gilt dasselbe, ja? Wenn das zu leicht ist, einfach mehr öffnen. Mehr öffnen. Und dann runtergehen. Ei, 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 ei. Uah. Boah, das zieht. Genau. Brauche ich gar nicht tief runterkommen, wenn das Bein so weit offen ist. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Wir beugen das hintere Bein. Wir nehmen das hintere Bein. Ferset zum Pop. So. So. Ha, 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 ha. Dass das so schwer ist. Genieß Popo in der Luft. Popo jetzt in der Luft mit Absicht. Popo in der Luft. Popo in der Luft. Ja. Und jetzt Hand hoch. Jetzt Hand hoch. Da. Gut. Und jetzt bitte Popo. Also Ferse ganz zum Popo. Ferse ganz hoch. Vier. Drei. Zwei. Ah, super. Sehr schön. Kurz hinsetzen. Kurz auslocken die Beine. Super, 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 super. Sehr. Wir eröffnen noch einmal die Beine. Wir gehen jetzt schon zum dritten Mal runter. Also das müsste jetzt wirklich super gehen. Vier. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und so. Sehr schön. Super. Fuß soll zusammen. Ein bisschen auslockern. Butterfly, Butterfly, Butterfly. Super. Versuchen wieder mit der Stirn runter. Vier. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ja. Und Ziel für heuer ist ja der Yoga-Sitz. Ja. Das heißt, ein Bein bleibt unten. Und zumindest das andere Bein oben. Und wir versuchen hier das Knie runter zu drücken. Ja. Die den Yoga-Sitz können, die machen den richtigen Yoga-Sitz bitte. Geh. Geh. Ich tue immer das Ganze schön auslockern. Zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir wechseln. Andere Seite. Ja. Da ist wichtig, dass die Knie so tief wie möglich runterkommen. Sonst kommst du nie in diese Position, dass du dich da noch eindrehst. Aber wenn du den Yoga-Sitz kannst, Denise, einfach machen. Ja. Ich habe die Petra Kami, oder Tino? Vier. Drei. Die Lisa sitzt den ganzen Tag so und tut einfach ... Ja. Die schreibt am Computer stundenlang im Yoga-Sitz, oder? Ja. Super. Ah. Kurz auslockern. Super. Ja. Noch einmal ein Bein so beugen, aber jetzt legen wir das andere Bein komplett rüber. Hier. Komplett rüber. Ja. Ein Bein gebeugt, das andere Bein rüber. Wir greifen mit der Hand hier die Zehenspitzen und mit der Hand ziehst du hier am Knie an. Ja. Wenn das zu leicht ist, dann greif mit den Ellbogen drüber. Ja. Also greif komplett hier mit den Ellbogen drüber. Also greif komplett hier mit den Ellbogen drüber. Das spüre ich auch extrem hier in meinem Gesäßmuskel. Äußere Oberschenkel. Und jetzt dreht es euch noch nach hinten. Vier. Drei. Zwei. Eins. Gut. Beine auslockern. Jetzt andersherum. Andersherum. Das Bein ist gebeugt, das Bein drüber. Und andersherum. Genau. Vier. Drei. Zwei. Drei. Super. so, kurz auslockern, sehr schön so, ja, also Schneidersitz, Tino, Schneidersitz, hochkommen und dann die Beine nach hinten Schummel Hummel, Tino schummelt so, sehr gut, Leute, ein bisschen die Unterarme bewegen, wir gehen nach außen, wir gehen nach hinten, wir gehen nach außen, wir gehen nach vorne, ja, schaut mal her, außen, zum Knie, außen, vorne, außen, zum Knie, außen, vorne gut, jetzt auf den Handrücken, nach außen auf den Handrücken, nach außen immer ein bisschen belasten, 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 ja, genau schön, schön ausmassieren noch vier noch drei noch zwei letztes Mal gut, und wir bleiben so, wir bleiben so, ja ich stelle mich seitlich hin, dass du mich besser sehen kannst, ja jetzt mehr Druck auf den Handrücken wir schaukeln wir schaukeln ein bisschen nach vorn und zurück bisschen nach vorn und zurück bisschen nach vorn und zurück, ja und Leute, nicht erschrecken, wenn das jetzt ein bisschen weh tut, das ist okay ja, ein bisschen Schmerz ist okay diejenigen unter euch, die gar nichts spüren, die kommen in dieser Handrückenposition, in den herabschauenden Mund Schaut ihr das? ja, super passt auslockern ja, habe ich auch gesehen, wer geschummelt hat, habe ich alles gesehen, alles gesehen, ja, ja sehr schön vier drei zwei eins sehr schön wir legen uns auf den Bauch, meine Liebe Hände unterm Kopf und schön den Popo auslockern Popo auslockern, Popo auslockern noch vier drei zwei eins sehr schön ja, stütz dich ab komm hoch in die Sphinx den Rücken bitte, ja schön durchbiegen und trotzdem auslockern versuch immer zu wackeln wackeln, 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 wackeln immer wackeln immer auslockern diejenigen von euch, die sagen, ah, das ist Bibbifax, das ist zu leicht die stützen sich mit den Handflächen ab und kommen in die Cobra ja und locker, 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 locker diejenigen von euch, die sagen, das ist noch immer zu leicht die kommen mit den Händen unter die Schulter und kommen hoch in die Cobra dann kann es sein, dass das Becken schon ein bisschen in der Luft ist ja, wichtig ist hier, dass du eine gute Position findest und auslockern wirklich ein bisschen bewegen, 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 genau wie eine Cobra die von der Flöte genau, von diesem Fakir da so genau noch 4 3 2 1, super komm nach hinten bitte und schön strecken, 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 strecken hier ja, genau, super noch 5 4 3 2 1 sehr schön, ja stütz dich bitte ab mit den Händen und komm mal mit dem rechten Bein nach vorne rechtes Bein nach vorne ja, genau, rechte Hand nach oben, drehe dich auf dreh dich auf super 4 3 2 1 sehr schön, jetzt geht die rechte Hand runter ich drehe dich nur um, ja, aber für mich bleibt auch das rechte Bein vorne ja, weil jetzt das hintere Bein, Knie hoch, Ferse runter Knie hoch, Ferse runter hier versuchst du die ganze Handfläche, wenn möglich und du drehst dich auf ja, ja, genau 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 wenn es nicht so gut geht, Becken höher ist leichter Becken tiefer ist schwerer genau 4 3 2 1 1 super sehr schön gut ok, leg dich wieder hin Hände unter die Stirn auslockern 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 wenn du sagst, die Sphinx ist zu leicht, komm mit die Cobra genau und wenn du sagst, diese Cobra ist auch zu leicht, komm unter die Schulter lass dich richtig durchhängen lass dich richtig durchhängen gehen 4 3 2 1 streck dich nach hinten streck dich nach hinten 5 4 3 3 2 1 super linkes Bein nach vorne ja linke Hand nach oben dreh dich auf dreh dich auf drück das Becken schön nach vorne drück das Becken schön nach vorne genau Becken nach vorne dreh dich auf 5 4 3 2 1 linke Hand runter dreh mich nur um ich dreh mich nur um ja und jetzt bitte das hintere Knie hoch und hinten die Ferse runter ja und die rechte Hand hoch hoch 5 4 Blick zur Decke Blick zur Decke 3 2 1 juhu wir kommen runter wir entspannen uns super 5 4 3 2 1 sehr schön so tun wir noch ein bisschen den Nacken entspannen ja du kannst dich hinknie du kannst dich hinsetzen wie du magst das ist mir ganz egal schau dass es für dich bequem ist ich dehne gleich meine Beine mit deswegen knie ich mich hin ja eine Hand um den Körper herum wenn du kannst hier sogar greifen die Hand ja ja drück diese Schulter runter also und der Kopf hin zur Seite ja genau sehr schön 5 5 4 3 4 2 1 bravo super jetzt die andere Hand um den Körper herum mit der Hand hier schön festhalten ja die Schulter geht runter mit der Kopf 4 3 2 1 ja sehr schön super so jetzt bitte Finger ineinander Finger ineinander hinten und jetzt bitte runter hängen lassen einfach mach mit Absicht einen Buckel 4 3 2 1 sehr schön jetzt komm mit dem Becken hoch die Knien von euch Becken hoch ja und jetzt komm hoch und lehn dich nach hinten lehn dich nach hinten öffne die Ellbogen lehn dich nach hinten lehn dich nach hinten lehn dich nach hinten genau schön nach hinten lehnen schön nach hinten lehnen genau 5 4 3 2 1 sehr schön sehr gut kurz entspannen sehr schön 4 3 2 1 Richtungswechsel 4 3 2 8 super stütz dich am Boden ab komm bitte in die Hocke komm in die Hocke in die Hocke die Profis unter euch sind mit den Fersen am Boden oder fast am Boden genau Hände zusammen, Ellbogen drücken, die Knie auseinander genau Tino kannst du dich ein bisschen aufrichten, dass der Buckel gerade wird ein bisschen aufrichten genau und Knie auseinander drücken Knie auseinander Knie auseinander genau ja genau bleib in dieser Gebetsposition Knie auseinander genau ja genau Nächste Woche, Denise, schaffen wir zwei auch, dass die Fersen am Boden sind genau nächste Woche schon ja ja 4 Petra, du auch genau 3 nicht schubsen 2 1 2 super stütz dich ab streck die Beine und so wie beim Walking Dog einfach so ein bisschen auslockern 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 4 3 2 1 und aufrollen aufrollen Schulter kreisen Kopf gerade ja ein aus wir schließen die Beine sehr schön Namaste super gemacht sehr brav sehr brav sehr brav sehr brav das war ja easy cheesy das war ja